Das Redmi Note 13 ist in Deutschland aufgetaucht und das ein bisschen zu früh, glaube ich. Apple hatte auch nicht die angenehmste Woche, zumindest ist es nicht so gut gelaufen bei den Apple Watches. Und damit herzlich willkommen zu technisch gesehen Folge 86, heute ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Tom macht jetzt gleich so ein kleines Ständchen. Genau. Eins, zwei, drei. Nein, das lasse ich mal besser sein. Ja, die letzte reguläre technisch gesehen Folge für dieses Jahr. Aber nächste Woche gibt es auch noch eine kleine Highlight-Folge, könnte man sagen. Und ja, so komplett unweihnachtlich fällt mir auf, wenn wir wenigstens mal eine Weihnachtsbizur oder sowas aufziehen können. Oder wenigstens Süßigkeiten hier haben können. Tja. Ja, wo, ne? Ich gucke mich hier um. Ich gucke hier bewusst in schuldbewusste Gesichter. Ja, okay. Dann wohl kein Liebkuchen mehr. Und die sind jetzt auch schon ein bisschen trocken. Die stehen da draußen schon ein bisschen länger rum. Wie geht's denn, Fabian? Soweit ganz gut. Du bist hier ein bisschen mit der Stimme angeschlagen. Wir hoffen, dass du hier mit deinem Kamillentee durchhalten wirst. Ja, also leichte, ich habe so eine Afte auf Mandeln. Ich habe immer noch Mandeln. Und früher habe ich echt Probleme mit den Mandeln gehabt. Und da hilft jetzt aber Kamillentee. Dann geht's hoffentlich. Aber vielleicht hört sich, ich habe das Gefühl, die Stimme hört sich ein bisschen anders an. Vielleicht aber auch nicht. Ja, okay. Ja, du hast gerade schon angesprochen. Das war gerade gestern Abend noch eine schöne Überraschung. Ja. Da hat Xiaomi plötzlich, äh, Xiaomi nicht eigentlich, sondern ein Elektronikfachmarkt, den wir jetzt nicht näher nennen wollen, der hat, sie hat Produktseiten veröffentlicht zu neuen Produkten. Ah, da kommen die Weihnachtsgesicht. Jawohl. Dankeschön. Davon, da habe ich drei. Schön auch, schön bei Fabian, schön richtig rein. Hier soll ich die an die Tastatur legen, wo ich nicht draufdrücken darf. Wir legen die direkt hier ins Bild. Sag, wenn du einen Lebkuchen haben möchtest. Wieso in der Weihnachtsstimmung eigentlich? Nee, absolut nicht. Absolut nicht? Ja, weiß nicht so. Das ist jetzt aber... Aber hast du den Mundstettel an den Weihnachtsmann geschickt? Nein, natürlich nicht. Ja, okay. Dann geht's ja. Aber kriegen wir jetzt noch hin, wenn wir noch zwei, drei Tage hier... Ja. Bringen wir nicht in die Weihnachtsstimmung. Das hat sich auch Xiaomi gedacht. Die haben sich gedacht, ja, wir geben euch mal ein bisschen was für Weihnachten, worüber ihr mit der Familie reden könnt, damit Oma dann auch am Tisch sagen kann, hör mal, Junge, hast du technisch gesehen, gehört? Die haben da über das Redmi Note 13 geredet. Das haben die einfach geleakt bei Saturn, okay, wir können sagen. Aber nicht nur bei Saturn, sondern auch beim Technomarkt. Ja, ich glaube, da haben sich wieder ein paar Elektronikmärkte so ein bisschen zu früh, aber ich glaube, die Informationen wurden auch einfach mal wieder zu früh bekannt gegeben, weil das war es ja schon mal. Ja, das war letztes Jahr der gleiche Frage. Also irgendwie scheint das Redmi Note da nicht so diese Geheimhaltung zu haben. Gut, besser für uns können wir jetzt schon drüber reden, anstatt, dass es, wenn es irgendwann die nächsten Wochen, nehme ich mal an, rauskommt, bei Saturn stand jetzt, dass man es jetzt schon bestellen kann. Ich weiß nicht, ob man es dann wirklich noch dieses Jahr bekommt, aber... Ich glaube es fast nicht, dass sie es jetzt schon dann da haben, ich weiß es nicht. Was auf jeden Fall ja schon mal wieder das Typische ist. Erstmal, wir haben zwei bekannte Redmi Note Probleme. Erstens, sie sind nicht identisch mit den China-Versionen, die ja schon im Oktober vorgestellt wurden, wo es ein Redmi Note 13 5G Pro 5G und ein 13 Pro Plus gab, auf jeden Fall. Und es gibt jetzt noch mehrere, sodass wir jetzt bei insgesamt acht oder neun Modellen in der Reihe sind, fünf davon für Europa. Und das ist schon auch wieder unübersichtlich genug, könnte man sagen. Ja, also ich musste gerade eben eine Tabelle erstellen, damit man hier überhaupt noch den Überblick hat. Also es ist vielleicht so ein bisschen logisch, aber dann macht es einfach an anderer Stelle einfach gar keinen Sinn. Also wir haben quasi wieder dieses Ding, in China ist die 5G-Variante herausgekommen und für Europa, wieso auch immer, ob es irgendwie an den Mobilfunkherstellern, Mobilfunkprovidern liegt oder keine Ahnung. Es gibt hier auch wieder 4G-Versionen, die dann halt auch noch andere Sachen haben als die 5G-Versionen davon. Und so haben wir jetzt quasi, ja, so ein paar Modelle, wo man sich fragt, braucht man so viele? Die kurze Antwort ist nein. Ja. Es gilt jetzt durch Tests oder so von uns auch dann ein bisschen rauszufinden, welche sich da rauskristallisieren. Ich weiß noch, ich glaube bei der Redmi Note 11 Serie hatte ich dann auch ein extra Video dazu gemacht. Da waren es dann, glaube ich, von den sechs, die da kamen, waren es dann, glaube ich, drei, die ich wirklich empfehlen würde. Wenn wir jetzt fünf haben, dann gehe ich auch mal davon aus, dass zwei oder vielleicht drei sich daraus kristallisieren. Der größte Anwärter ist meiner Meinung nach wieder das Redmi Note 13 4G, was es nur global gibt, was quasi der Nachfolger vom Redmi Note 12 4G ist, was jetzt auch mal in der Black Week für 110 Euro zu haben war, aber eigentlich jetzt auch nicht teurer geworden ist. Auch das ist ein UVP 199 Euro, also unter 200 Euro gerade eben und dann wird es wahrscheinlich langfristig einfach auf die 150-Euro-Marke rutschen und das ist auch gut so, weil viel hat sich da jetzt auch nicht getan, muss man ehrlicherweise sagen. Bevor wir jetzt damit loslegen, uns wurde aufgetragt, Timestamp zu machen, hast du gedrückt? Nee, aber wir sind noch nicht im ersten Thema, oder? Ja, okay. Wir müssen erst mal das Thema wechseln. Das tut jetzt schon gut. Ja, okay, das kriegen wir hin. Ja, Intro schieben wir noch ein, ja. Ja, Redmi Note 13 4G wird nicht als 4G bezeichnet, sondern wird als normales Redmi Note 13 quasi dargestellt. Dieses 5G gibt es dann nur immer dann zusätzlich und du hast das eben ziemlich schnell erkannt, das ist ein Redmi Note 12 in neuem Gewand, könnte man quasi sagen, weil ich glaube, da hat sich fast gar nichts geändert. Ich bin mir jetzt gerade im Kopf gar nicht mehr sicher, ob das 12er auch die 108-Megapixel-Kamera hatte schon. Es könnte sein, es könnte aber auch noch die klassische 50-Megapixel-Kamera gewesen sein. Das ist was wir hier live recherchieren. Es ist ebenfalls ein 120-Hertz-Arm-Display, was in der Preisklasse immer noch krass ist und das kann man auch mal vorweg sagen, das ist in allen so der Fall. Ich glaube, es hat eine 50-Megapixel-Kamera. Warum ist unser Zero-Rating so schlecht, Tom? Ja, 50 Megapixel. Mein Gedächtnis ist gut, das ist noch was hier wichtiger. Genau, also da ist einer der größten Unterschiede, weil es ist auch der gleiche Prozessor, Snapdragon 685 und das finde ich dann ein bisschen schade. Es war schon im 11er der 680 und 685 und 80 jetzt nicht der Riesenunterschied und jetzt ist es gar kein Unterschied mehr. Das finde ich ein bisschen wenig. Dafür gibt es aber jetzt mindestens 6 GB RAM und keine 4 GB Version mehr, was ich schon mal ganz gut finde. Das könnte noch ein bisschen was rauskitzeln. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie der Prozessor die Kamera handelt, weil 108 Megapixel trotz Pixel-Binning sind schon noch ein paar Daten. Das hat in der Vergangenheit, ja, ich erinnere mich da ins Mi Note 10, nicht immer unbedingt so direkt gut funktioniert. Aber ja, ansonsten ist es quasi eins zu eins, einfach eine Wachablösung vom Note 12. Was man da jetzt vielleicht auch so mit dem Delay, den man quasi durch die China-Veröffentlichung hat, vielleicht denken könnte, ist, dass hier jetzt auch schon Hypo OS sein Debüt feiert. Dem ist nicht so. Das ist MIUI 14 auf Basis von Android 13, das heißt auch noch kein Android 14 hier. Ist ja jetzt auch nicht so unüblich für die Redmi Note 3, dass da auch vielleicht einfach mal eine ältere Android-Version zum Einsatz kommt. Die dann aber oft schnell geupdatet wird. Das muss man schon sagen. Ist mir dann auch aufgefallen, jetzt beim Redmi 12C, wir haben nämlich so eine Bestenliste gemacht. Das war dann mein bestes Handy unter 100 Euro, das ist mit Android 11 noch rausgekommen, aber auch auf Android 13 immerhin. Von daher kommen da schon die Updates, deswegen rechne ich da mal auch damit, dass es dann innerhalb vielleicht der ersten Jahreshälfte auch auf Android 14 geupdatet wird. Wäre aber auch komisch, wenn es jetzt Hypo OS wäre, also wenn es die damit launchen mit dem 200-Euro-Handy. Ja, das stimmt auch. Und dann ist es so geleakt, weißt du, die wollen dann wahrscheinlich auch viel Marketing-Tam-Tam-Tam da drum machen in Europa. Ja, ansonsten sind es 5000 mAh, 33 Watt, USB-C, Klinke, Infrarot, Speichererweiterung. Es ist basically das Redmi Note 12 4G, ganz, ganz leichtes Upgrade nur in der Kamera und im Design natürlich, sieht ein bisschen fresher aus, muss man schon sagen. Ja, das auf jeden Fall, aber dann können wir auch schon direkt zum Redmi Note 13 5G fortschreiten und da gibt es, müsste man ja eigentlich vom Namen meinen, gar nicht so viele Änderungen, aber irgendwie dann wieder doch. Und das sind auch schon so teilweise so kleine Dinger, also statt Gorilla Glass 3 beim Redmi Note 13 kriegt man beim 5G, dann Gorilla Glass 5. Ja, besonders, da fragt man sich, warum macht man das, weil das ist ja niemals ein Kaufgrund für jemanden. Ja, das ist wirklich so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wegen Gorilla Glass 3 oder 5 für sich jetzt ein anderes Handy zu legen. Das denke ich mir immer wieder, das ist halt, wenn man unterschiedliche Versionen macht, das finde ich echt schwer geworden mittlerweile. Früher war das viel eindeutiger und Apple macht das meistens gut, wobei ich da finde ich es beim Pro und Pro Max auch dumm mit den unterschiedlichen Zoom-Kameras. Eigentlich sollte es nur die Größe sein und die damit, also wenn es jetzt eine Max-Version oder eine Plus-Version oder so, sollte es irgendwie die Größe sein und die damit einhergehen in Sachen, wie dass der Akku dann natürlich größer wird oder größer werden kann und dass das Display größer wird, Punkt, der Rest sollte identisch sein. Da dann unterschiedliche Prozessoren, eigentlich, das weißt du, dass der Unterschied zwischen 4G und 5G ein komplett anderes Handy macht, das ist eigentlich falsch, meiner Meinung nach. Ja, das finde ich auch. Hier ist es dann jetzt der Mediatek Dimensity 680, also kein Snapdragon auch mehr, man wechselt sogar den ganzen Prozessorhersteller. Ja, deswegen, dadurch wird das, also wenn ich auf ein Handy gucke, gucke ich als erstes das auf den Prozessor, um das einzuordnen. Und wenn ein anderer Prozessor ist, dann ist es ein anderes Handy. Wenn ich sage, okay, das ist das gleiche Handy, nur größer oder hat mehr Speicher, dann kann man das auch als ein Handy fassen. Aber wenn es irgendwie ein anderer, also, vom Prozessor geht alles aus. Also, von daher, aber gut, ist auch nicht das erste Mal, Xiaomi oder andere Hersteller das machen. Ja, was auch noch da ist, es gibt anscheinend immer nur eine Speicherkonfiguration für die Handys, außer das erweitert sich jetzt noch irgendwie, wenn es zur Veröffentlichung dann irgendwie angekündigt wird. Aber es sieht bisher so aus, als würde es nur eine geben. Aber dieses Handy gab es ja auch schon in China und da gibt es auch einen Unterschied. Und zwar bekommen wir eine weitere 8 Megapixel Kamera dazu, die dann quasi in den Sticker für die 108 Megapixel in der China-Version rutscht. Wow. Es ist sehr weird. Hat die China-Version nur zwei Kameras? Die China-Version hat nur zwei Kameras. Ah ja, und einer davon ist nicht nutzbar, so eigentlich nur eine Kamera. Ja, genau. Okay, stark. Okay, das macht es immerhin besser, da wollen wir uns nicht beschweren. Was aber trotzdem weird ist, ist, dass der Fingerabdrücksensor da im Power-Button ist und im günstigeren Redmi Note, über das wir gerade geredet haben, ist er unter dem Display. Was ja theoretisch besser ist oder futuristischer oder wahrscheinlich das teurere, wobei ja viele, man kann auch argumentieren, dass er in der Seite nicht schneller ist, ja, verstehe ich auch. Aber, hä? Das ist nicht so logisch irgendwie. Und das fühlt sich halt so fort, ne? Also wenn wir jetzt aus Redmi Note 13 Pro, wenn wir langsam in die Pro-Region gehen. Beide Fingerabdrinks sind so im Display. Das ist halt auch. Also nur das 13 5G. Ja, guck mal, das ist unser Job, das sind die Feinheiten, die man dann wissen muss. Wir werden natürlich alles testen auf unserem Hauptkanal auf China Gadgets. Habt ihr safe schon abonniert, falls nicht, gerne nachholen. Dann werdet auch ein Video dazu sehen, zu dem Redmi Note 13 Pro, was dann auch einen Mediatek-Prozessor hat. Aber auch einen anderen. Und kein Dimensity, also nicht die Dimensity-Reihe, sondern ein G99 Ultra. Ist der neu? Der G99? Ich glaube, relativ neu, aber es ist halt auch irgendwie Prozessor-Chaos so ein bisschen. Also das Redmi Note 13 Pro ist erstaunlich ähnlich zum Redmi Note 13 5G. Weil wenn wir da jetzt weitergehen, gut, die Lagergeschwindigkeit ist mit 67 Watt nochmal höher geworden. Aber sonst ist es halt wirklich das gleiche Handy. Es sind auch nur 50 Euro Aufpreis. Was für den 5G jetzt? Vom Redmi Note 13 5G zum 13 Pro. Ah ja. Also es ändert sich der Prozessor und die Ladegeschwindigkeit. Ah ja, stark. Und 50 Euro Aufpreis. Mhm, okay. Ist halt auch irgendwie Pro. Ich versuche jetzt schon rauszufinden. Also da ist es dann, warum ist dann Pro und Pro 5G? Also weißt du, ist 5G kein Pro-Feature automatisch? Why not? Also ich glaube, da wirkt es schon so, als ob das die Version ist, die man sich vielleicht sparen kann. Weil das Redmi Note 13 Pro 5G klingt dann schon mal wieder ein ganzes Stück spannender, wegen dem Prozessor eben. Ja, und es hat eine höhere Auflösung mit dabei. Es sind, ich glaube, sie bezeichnen es als 1,5K oder das ist irgendwie so. Also und Gorilla Glass Victus. Hier steigen wir dann nochmal auf im Schutzglas-Klassement. Darauf kommt es an, Leute. Auch eine Besonderheit beim 13 Pro 5G ist, man hat 100 mAh Akku mehr. Das ist das Einzige in dieser Reihe, was mehr Akku hat. Man muss sich merken, es kommt gleich noch ein Pro Plus. Das hat wieder einen kleineren Akku. Hä? Hä? Und da sind auch wieder 50 Euro Aufpreis. Ja, aber es hat den Snapdragon 7S Gen 2. Aber die 7S habe ich auch noch nicht gehört. Der ist, glaube ich, debütiert in China auf dem Smartphone. Das ist wieder eins, was es in China gibt. Ja. Okay, aber das finde ich, das klingt dann spannend, weil da haben wir so ein bisschen diese Flagship-Entlehnungen mit so einem höheren Snapdragon-Prozessor mit Gorilla Glass Victus, mit dem schnellen Aden, 200 Megapixel-Kamera. Und da sehe ich dann, glaube ich, schon eher, würde ich, glaube ich, eher im Vergleich zum Redmi Note 13 5G die 100 Euro mehr in die Hand nehmen und kriege da deutlich mehr als jetzt nur ein bisschen schnelleres Laden. So, weißt du? Ja, das stimmt. Also, das 13 Pro wirkt tatsächlich so ein bisschen wie das, was unnötig ist. Ja, genau. Das ist jetzt so. Es ist dann vielleicht beim Testen, kann das noch immer anders ausfallen. Deswegen sollte man dann auch auf die Tests abwarten. Aber so Datenblatteinschätzung ist da, glaube ich, haben wir da schon mal so ein Vakuum. Und dann ist es vielleicht auch, ist dann auch das ein Redmi Note 13 5G in der Klasse vielleicht unnötig. Vielleicht kann man dann auch einfach mit dem normalen Redmi Note 13 greifen. Es sei denn, man braucht unbedingt 5G. Spannend. Habe ich noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich brauche unbedingt 5G. Ist wirklich so. Besonders nicht in Deutschland. Redmi Note 13 Pro 5G hört sich dann aber wieder sehr spannend an. Da haben wir auch das erste Mal ein anderes Display. Pro Plus 5G. Pro Plus 5G, sorry. Weil es curved ist. Ja, das Highlight von allen. Jeder will curved. Also, ich habe eher das Gefühl, der Trend geht wieder zurück. Ja, voll. Sonst, weil ja auch alle so kantig designt sind eigentlich. Aber da wird es halt auch einfach spannender vom Prozessor her. Mediatek der Mercedes 7200 Ultra. Ey, guck mal, das wird meine Aufgabe sein, das alles auseinander zu klamüsern. Ich fühle mich dann wie so, weißt du, dieses Meme von Always Sunny in Philadelphia, wo der da die roten Stränge. Ja, so ungefähr fühle ich mich da. Aber guter Prozessor, viel Speicher. 8 GB RAM und 512 GB Speicher. Da ist auch wieder eine Besonderheit. Es gibt das in China. Da gibt es aber keine Version mit 8 GB. Da haben die bei 12 GB Arbeitsspeicher angefangen. Das heißt, hier haben sie sich irgendwie entschieden, das wieder zurückzumachen. Speicher ist ja auch wieder teurer geworden. Aber 8 GB reicht auch. Ja, das stimmt. Aber da haben wir das schöne, was war es? Das Xiaomi 12T Pro Problem. Die 200 Megapixel Kamera neben dem 2 Megapixel Makrosensor. Ein Hund, eine Vergrößerung oder eine Verschlechterung von 100, Faktor 100 zwischen zwei Sachen. Also das, also. Hä? Ich check das nicht. Dann kann man den doch auch einfach weglassen. So was, 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 was soll das? Was willst du mit dem, mach doch dann wenigstens 5 Megapixel Sensor rein. Dann wird dir wohl auch nicht viel mehr kosten. Aber 2 Megapixel, neben der 200 Megapixel Kamera, wäre es so, ey, wir haben 10.000 Milliarden Perstunden Akku. Wir könnten nur mit einem Watt laden. So ungefähr. Ja, so ungefähr ist es. Und ja, aber das kann man schneller als ein Watt laden. Ja, 120 Watt, also die schnellste Variante, die es da so gibt, ist schon nicht schlecht. Wieso man da jetzt einen kleineren Akku drin hat als beim 13 Pro 5G, habe ich gar nicht verstanden. Diese 100 Milliamperstunden hätten sich auch sparen können. Ich habe erst gedacht, das ist ein Tippfehler in der deutschen Beschreibung. Da bin ich nochmal auf die chinesische Xiaomi-Seite gegangen. Nee, der hat wirklich einen 5100 Milliamperstunden. Aber es hat auch ein IP-Rating. Ist also wasserdicht. Und das ist dann das erste Mal, dass dieses Feature bei Xiaomi so in diese Preisklasse rutscht. IP68 gab es vorher nicht? Nicht in Mittelflasse-Handys. Also, ja, Poco L5 Pro, glaube ich. Oder? Hatte das das? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber selbst dann wäre es teurer gewesen. Poco L5 Pro, sagst du. Jetzt findest du wieder nicht meine SEO-Ergebnisse. IP-Rating. Ach, guck mal. Nee, IP53. Aber das SEO-Rating hat ja funktioniert. So geht das, Leute. Sogar direkt die Frage beantwortet. Oh, Alter. Für SEO-Datenfragen, schreib mir gerne. Genau, IP68. Dann ist das erste Mal, das hatten wir nur, ja, Xiaomi 13 war dann das günstigste, was das bisher hatte. Und da sind wir jetzt bei fast, äh, sind wir bei der Hälfte des Preises, 499,90. Also rutscht da in die Mittelklasse. Ist auch krass, wie sehr sie diese Reihe ausgedehnt haben. Ich kann mich noch erinnern, also früher Redmi Note, wo bin ich eingestiegen? Redmi Note 4. Und dann gab es, glaube ich, 5 und 5 Plus. Dann gab es diese größere. Und dann gab es diese Redmi Note 6 Pro irgendwie. Max gab es auch, ne? Noch Note Max? Oder war das? Nee, einfach nur Max. Ah, okay. Oder? War das Note Max? Äh, nee, das war Xiaomi, Mi Max 2 und 3. Redmi Note 7 war auch noch normal. Da war ich, glaube ich, das erste Mal, dass die Triple-Kamera hatten. Und dann mit dem Redmi Note 8 gab es auch das Redmi Note 8 Pro. Ich glaube, das 7 Pro gab es nur in China oder so, oder? Und dann mit dem 8 Pro ist das ins Leben gerufen worden. Dann gab es 9, waren wir beim Note 9S auch. Und dann mit der 10er Reihe ist es komplett eskaliert. Und dabei bleiben sie jetzt. Und es wird nicht besser. Ich dachte jetzt vielleicht mal irgendwann so dieses Learning, mal so einen Schritt zurück zu gehen. Ich bin halt so, also es wirkt immer so, okay, wir haben jetzt die 5 Fandys hier, die können wir machen. Ja, machen wir auch. Und werfen die auf den Markt und die bleiben irgendwo hängen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die sich alle verkaufen irgendwo. Aber die gehen ja auch massiv im Preis immer runter. Ja. Was, wo wir uns auch eigentlich sicher sein können, ist, dass das noch nicht war. Also, dass auf jeden Fall noch irgendwelche... Es fehlt noch, ja. Ja, oh nein, ja, stimmt. In China gibt es schon ein R. Aber das sieht eher wie ein Poco aus, finde ich. Ja, er gab es noch nie in Europa. Es ist, also, dass man halt wirklich so... Ich würde jetzt sagen, wir sind halt schon... deutlich über dem, so, Durchschnittskonsumenten, der so ein Note kauft. Und dass wir so eine Tabelle erstellen müssen, um überhaupt die Unterschiede überall zu finden. Ich freue mich jetzt gerade auch, ob wir Zuhörer verloren. Tut es leid, aber das war wichtig, das mal durchzuarbeiten. Ja, schön, wenn ihr noch da seid. Ja, danke. Ihr habt es geschafft. Ja, okay. Ich bin aber trotzdem gespannt, weil das ist einfach immer... Ich finde, das ist Xiaomi's Parade-Disziplin. Die sind in dem Preissegment einfach mit am stärksten. Ich freue mich besonders aufs Pro Plus natürlich, weil es dann einiges zu bieten hat. Und das könnte ein interessantes Mittelklasse-Ding werden. Und gerade das 13 5G für unter 200 Euro dann... Ist dann eher die Frage, wie verfügbar das 12 4G dann noch so sein wird. Aber es wird wahrscheinlich auch wieder in die 150-Euro-Richtung rutschen. Und wenn ihr ein paar Mi-Points oder so habt, dann könnt ihr das eBay-Schauen hier wahrscheinlich günstiger kriegen. Bin gespannt. Ist auf jeden Fall viel dabei. Es hätte nur nicht alles sein müssen. Also drei hätten es auch getan, glaube ich. Würde ich jetzt mal einfach grob sagen. Aber schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch so Redmi Note-Fans seid, der ersten Stunde. Wenn jemand nach dem Handy sucht für unter 200, 300, 400 Euro, ist immer in der Auswahl dabei. Das ist halt schon krass. Und ich glaube, deswegen verfolgen sie auch weiter diese Strategie. Apple muss ein bisschen von ihrer Strategie allerdings abweichen. Bei denen lief es jetzt nicht so. Nee, nicht so wirklich. Da gab es die Hiobsbotschaften für Tim Cook. Achso, hast du markiert? Ja, wohl. Denn es ist ein langer Prozess gewesen. Aber der Gerichtsprozess zwischen Massimo und Apple ist jetzt quasi zu einem Ende gekommen. Zumindest vorerst. Und hat krasse Konsequenzen. Denn Apple wurde vorgeworfen, dass sie den Blutsauerstoffsensor von Massimo quasi indirekt über Mitarbeiter, die sie abgeworben haben, geklaut haben. Und den jetzt halt verwenden. Und die Konsequenz daraus ist, die Series 9 und die Ultra 2 Smartwatch darf nicht mehr in Amerika verkauft, beziehungsweise importiert werden. Was heißt, die ist jetzt vom Markt. Und damit sind jetzt so die beiden Top-Uhren weg. Die dürfen noch die Älteren verkaufen, die keinen Blutsauerstoff haben, die SE. Und die 7er, glaube ich. Ja, ich wollte nicht gerade... Nee, kam denn 6er, 7er? Hattet ihr die nicht schon? Kam das mit der 8er? Also, ich meine, sie dürfen noch eine Series und die SE verkaufen. Ja, okay. Dann kann es auch nicht Series 7 noch sein. Man muss halt irgendwie auch sagen, sehr gutes Timing so, dass man das Weihnachtsgeschäft noch mitgenommen hat. Und ich glaube, Reuters war das, hat eine Newsartikel geschrieben. Ja, also, das wird jetzt nochmal... Joe Biden könnte es rein theoretisch auch noch unterbinden. Also, der könnte es wehtun. Auch eine interessante Entscheidung bei sowas, dass der Präsident aber sagen kann, nö. Das ist wohl auch schon mal bei Obama passiert, irgendwie mit den iPhones. Ach, krass. Da gab es auch schon mal irgend so ein Ding und da hätte ich gesagt, nö, ist weiterverkauft. Und Januar und Februar sind wohl die schlechtesten Verkaufszeiträume für Apple mit der Apple Watch. Okay. Ja, ich nehme mal halt Weihnachten durch und ja, Watch 8 dürfen sie ja noch verkaufen. Ich stelle mir das vor, wie Tim dann zu Hause sitzt auf der Couch und seine Kontakte geht und dann Joe so eine Sprachnachricht macht. Yo, Joe, alles gut bei dir? Du, folgendes. Ich bräuchte da mal einen kleinen Gefallen. Also, wenn wir das hinkriegen, ey, wenn du den neuesten Mac Studio haben willst, sag Bescheid, ruf durch, schicke ich dir alles zu. Kriegst auch ein bisschen Merch, leg dir ein paar Sticker mit rein. Kannst du mal wehtun, bitte. Ja, also, das wäre nicht undenkbar. Das ist halt eine der Optionen, die sie da jetzt irgendwie raus, wie sie da rauskommen, weil ich nehme an, sie wollen die weiterverkaufen, denke ich zumindest. Mindestens. Apple ist wohl angeblich intern daran am Entwickeln, dass sie eine Softwarelösung haben. Da hat der CEO von Massimo aber schon gesagt, er ist ein Hardwareproblem. Also, mit Software wird es das jetzt nicht lösen, aber vielleicht stößt das dann nochmal in den Gerichtsprozess an, in der Zeit, wo sie dann... Ach so, dass geprüft werden muss. Das wäre jetzt auch wieder ein bisschen dämlich, finde ich, aber gut, dann hätten sie halt Zeit. Aber es scheint so, als hätte Apple da mal wirklich ein ernsthaftes Problem. Jetzt schon eine sehr wichtige Funktion, finde ich. Also, Blutsauerstoff ist ja so ein Fitnessfeature. Ja, ich finde das... Ja. Für mich, also wenn du da Probleme mit hast, sehr hilfreich. Ich weiß nicht, wie viele Leute das betrifft. Ja, klar, aber sie wollen es, glaube ich, weiter drin haben, oder? Ja, es war auch das Alleinstellungsmerkmal dann von der Siebener oder von der Achter oder so, wo das dann mitkam. Von daher wäre es schon gut. Ja, es ist jetzt... Haben die so... Beim iPhone gab es sowas schon mal? Ja, vor einer Weile. Ja, okay. Weil ich frage... Es ist so eine ungewohnte Situation für Apple. Ich denke auch, dass sie jetzt einfach Zeit rausholen werden irgendwie mit einer Software, dass das irgendwie vom Gericht nochmal geprüft werden muss. und dass sie das dann anders implementieren. Ich frage mich nur, was hat jetzt Massimo davon? Weil gab es jetzt auch gleichzeitig, okay, die müssen so und so viel Schadensersatz oder sowas bezahlen? Weil da haben die ja... Da haben die jetzt nichts davon, wenn Apple jetzt weniger Geld verdient. Die haben die ja nicht mehr davon. Ja, also ich glaube, da geht es dann letztendlich auch um Strafzahlungen. Also kann ich mir nur vorstellen. Also wenn die... Die haben da ja jetzt schon richtig viel mit verkauft. Ja, okay. Also beim iPhone ging es wohl damals um einen Patent-Infringement, mit Samson tatsächlich zusammen und das hat Obama wohl overruled. Good guy. Good guy, good guy, Obama. Steve Jobs hat noch im Leben, ey. Boah, keine Ahnung. 2013. Da ist er gestorben. Irgendwie habe ich 2012 im Kopf, aber das ist wieder Zeit für Recherche. wird Toms-Artikel in Sema auftauchen. Technisch gesehen der Recherche-Podcast. 2011. Ja, okay, knapp. Gut getan. Okay. Ja, aber war nicht die einzige schlechte Nachricht für Apple diese Woche. Nee, es gab ja dieses ganze iMessage-Thema, was dann mit diesem Beeper-Mini von dem 16-Jährigen, der da kurz mal iMessage neu gebaut hat quasi, dass es einfach so auf Android ohne Zutun von Apple oder irgendwas gibt. Apple hat das wohl nicht so gefallen. Die haben da wohl Dinge gemacht, damit es nicht mehr funktioniert. Das war so die einzige Meldung, dass sie Maßnahmen getroffen haben, um ihre Nutzer zu schützen. Das ist auch immer die beste Erklärung von Apple. Sie tun immer alles, um ihre Nutzer zu schützen. Das finde ich richtig vorbildlich. Aber vielleicht hat Beeper jetzt damit so ein bisschen für Medienaufruhe gesorgt, sodass es auch mal zu der Politik gestoßen ist. Denn da haben jetzt einige US-Senatoren ja Wind davon gekriegt und wollen überprüfen, ob Apple da eine monopolistische Stellung hat. Ah, okay. Was ja so das ist, was Apple nicht will. Naja. Muss man jetzt halt schauen, was da so passiert. Es wird wohl eine Investigation gestartet, wie es so schön heißt. Also eine Untersuchung. Boah, da Tim Cook dann in so einen Verhör rein. Ja, stimmt. What's the blue bubble? Can it hurt me? Can it hurt me? Sit still in the room. Why do you have to protect me? Ja, okay, wow. Also es ist schön, dass jetzt auch mal die amerikanische Politik davon Wind gefasst hat, nachdem Google irgendwie die EU anflehen musste, dass sie darüber irgendwie entscheiden. Aber das hat ja nicht so ganz funktioniert. Es ist schon irgendwie so aus europäischer Sicht ein lustiges Thema, weil hier benutzen irgendwie alle WhatsApp. Ich glaube, wir hätten das selbe Problem, wenn man, beziehungsweise es gab ja mal so eine Zeit, wo alle irgendwie, ja, willst du zu Freemann kommen, willst du zu Telegram kommen? Aber ich habe Signale. Also es ist auch so ein bisschen, das ist oft so, das ist so dieser europäische Blick auf die USA. Das sind so man-made Problems, Problems, die man irgendwie, es sind so bei so, es gibt auch dieses Meet von Breaking Bad, also diese ganze, wie wir Breaking Bad in Europa so, ja, hier haben sie, hier werden alle Kosten von der Krankenkasse getragen und von der Serie vorbei. Nee, da muss man nicht erst ein Methimperium aufbauen. Keine Spoiler hier an der Stelle. Ja, deswegen ist es, ja gut, dann benutzt eine kostenlose Alternative und eignet euch drauf. Aber das geht ja anscheinend nicht so einfach. Aber was ich viel interessanter finde, ist, dass jetzt quasi das erste Mal ist, dass wir Threads als Quelle benutzen. Denn letzte Woche ist auch, letzte Woche, vor zwei Wochen ist Threads gestartet. Wir sind auch auf Threads und ich habe das Gefühl, alle sind gerade auf Threads. Wo ich denke, also ich gucke da rein und sehe richtig, was ist los? Ja, ich weiß nicht, ob es so die Anfangseuphorie ist. Ich glaube schon. Weil ich weiß noch nicht, ob das so, ja, ob das jetzt so ein Ding wird, weil Twitter war schon irgendwo eine Sache, die einige benutzt haben. Das war jetzt auch nie so das Riesending. Und Threads ist ja quasi einfach Twitter von Max Zuckerberg. Aber durch diese Instagram-Anbindung, also ich, und ich glaube, dass das Instagrams größter Vorteil ist, weil, und die sind ja sehr, die sind ja einfach. Sie haben auch so Cross-Plattform-Promotion, so ein bisschen, also sie werden am ehesten so, ja, und sie haben am ehesten so diesen eine App-Ansatz. Weißt du? Weil ich finde so, noch nicht so weit, aber da könnte ich es mir am ehesten vorstellen, weil ich merke so ganz viele, die auch jetzt lange auf TikTok waren, die sagen mittlerweile so, das ist mir irgendwie zu stressig oder mache ich nicht mehr oder ich bin ja auch, Instagram und TikTok ist so stressig und durchaus bei Instagram ist eher die Kultur, dass du auch Reels gucken kannst von Leuten, die du nicht kennst und krasse virale Sachen, aber halt auch die Freunde Storys sehen kannst, was sie aus Snapchat geklaut haben. Und dann müsstest du sie noch mal in eine andere App, um bei Twitter zu gucken, was die Leute denken. und das kannst du jetzt auch innerhalb fast, also wenn sie das vielleicht noch schlau lösen könnten, dass man sein Feed auch innerhalb der App sehen könnte, wird ja auch noch mal eine externe App geöffnet, aber sie, also da sind jetzt schon so drei Social Media Sachen, Kulturen, in einem so ein bisschen gebündelt und ich, für mich merke ich so, in so Sachen, weil ich will nur noch eine App für sowas haben, ich will nicht immer eine neue App aufmachen. Wo du das gerade so sagst, sie werden ja bald von der EU gezwungen, auch so Messenger quasi, Cross-Plattformen auch an andere Messenger anzubinden und ich glaube, in dem Zuge werden sie ja wohl auch ihre eigenen Dinge und dann wandert auch noch WhatsApp in Instagram, vielleicht wird das jetzt, ja, und dann, Elon Musk will mit X so seine Super-App bauen und Mark Zuckerberg macht das einfach im Stillen hinter der geschlossenen Tür. Ja, von X, also das ist ja auch, keine Ahnung, wer will, also es gewinnt ja nicht an Popularität, so es heißt X, jeder nennt es immer noch Twitter, keiner mag so wirklich den Chef davon. Keiner schaltet mehr Werbung. Keiner schaltet mehr Werbung, ihm ist das egal oder so. Na. Ach, sie sind, kurz ab Vorabempfehlung von Last Week Tonight, John Oliver hat ein Peace to Edemask gemacht. Skurril teilweise, also von daher, ich habe das Gefühl, Instagram wird noch relevanter, tatsächlich, so ein bisschen. Das stimmt wohl, ja. Nur mal so und ja, aber folgt uns auf Threads, das wollten wir eigentlich sagen. So, damit hat Tom dir die komplette Planung hier umgeworfen. Wir gehen zurück zu Apple. Ja. Denn da gibt es noch einen lustigen Rumor, ja, du darfst draufdrücken. Jawohl. Denn es gibt Gerüchte zum nächsten iPad Pro, was wohl MagSafe unterstützen soll. Ah ja. Was irgendwie sehr lustig ist, weil man sich erstmal so vorstellt, so ich, hä, warum auf so ein riesiges Teil, dann mache ich da hinten so einen Punkt drauf, was bringt mir das? Und dann denkt man vielleicht mal ein bisschen so nach, so vielleicht würde es dann auch so ein Smart Home Hub, wie bei Google werden, es würde sich ja anbieten irgendwo. Ja, voll. Ich habe schon vor, du hast so einen passenden HomePod, der so geformt ist, dass du ein iPad drauf machen kannst und dann machst du darüber Musik. Plus, ich habe jetzt schon auch gedacht, du wärst wahrscheinlich, klar, so ein Puck, der müsste wahrscheinlich dann größer sein oder so. Was ja bei Erdas Ding ist, ist glaube ich, so Tablethalterung quasi. Es gibt auch schon ganz viele, weißt du, dass es wie, dass es so ein bisschen so schwebend ist, dass das so, dass das einfach gechargt wird, dass du unten noch ein paar Ports drin hast. Ja, da muss man dann aber, glaube ich, wirklich stärkere Magnete als beim normalen MagSafe einmachen. Ja, ja, das wird schwierig. Ich glaube, vielleicht ist es dann auch so ein großes quadratisches Ding oder so, aber, also, dann die Idee, die hatte ich noch gar nicht. Das könnte mit dem HomePod und so, so ein Dock, könnte geil werden. Ja, weil das war ja vom Pixel Tablet so das Main Feature, was auch gut angekommen ist, glaube ich, und, ja, da kann man sich ja mal bedienen. Man ist ja da, Pixel Tablet habe ich aber irgendwie seitdem nie wieder davon gehört, oder? Ich glaube, das ist einfach zu teuer, das ist da so. Und das ist halt, das Erste. Mal sehen, wie dann das zweite Pixel Tablet wird, weil da scheinen sie ja irgendwie besser. Ich kann mir vorstellen, Apple macht das jetzt genauso. Das wäre ein richtiger Renner. Ja. kann ich mir gut vorstellen. Man muss ja sagen, HomePod ist als Speaker schon sehr gut. Selbst die Kleinen sind ja schon wirklich, ich verstehe den Test ja auch sehr gut ab, und der Große auch, weil er viel zu teuer ist, aber der soll ja richtig gut klingen. dann irgendwie so ein HomePod 3, der das dann auch, ich weiß nicht, ob es eine extra Version wird, oder wie auch immer, dass man da so ein iPad Pro dranhängen kann. Das wäre schon krass. Wäre dann halt auch so ein Setup von 1700 Euro, oder so, aber für einen Smart Speaker. Ja, warum nicht? Und dann für jeden Raum einen. Ja. Gehst du Klo? Ja, das Tablet kannst du ja dann wenigstens mitnehmen. Ja, okay. Aber du brauchst schon überall einen Speaker stehen. Das erinnert mich dann wirklich an dieses Sonos-Ding, wo die diese Errors rausgebracht haben. Und ich habe mir gedacht, ihr wollt, dass ich mir als Rear-Speaker einen 500-Euro-Lautsprecher da hinstelle. Also, okay, kann man schon ausgeben für Audio. Aber, komm schon. Audio ist auch so ein krasses Feld, wo du einfach so irrational werden kannst, oder? Ja, also ich kann jetzt einmal die Richtung, so Hi-Fi-irrational werden. Ja. Dann gibt es noch irgendwie so Smart, so Sonos, oder irgendwie so Smart Speaker. Ja, und bei Kopfhörern gibt es ja auch mittlerweile von 100 bis 2000 irgendwie Möglichkeiten, wie du dir da irgendwas kaufen kannst. Schon krass, bin ich ja gar nicht so drin. Ich bin ja auch sehr anspruchslos. Ich habe mir nur gerade vorgestellt, wie man iPad Pro dann auch auf einem HomePod Mini legen kann. Und man sieht den gar nicht mehr da drunter. Ist der überhaupt schwer genug, so als Gegengewicht der HomePod Mini? Ja, ich glaube nicht. Nur kompatibel mit dem HomePod. iPad Mini nur kompatibel mit dem Apple. Du kriegst noch so 5,3 M-Sticker für da drunter, damit er wirklich festkleben bleibt. Wer sich auch irgendwo dran klebt, ist die EU an Twitter, denn denn da startet eine Untersuchung. Bah, und schon wieder markiert hier. Damit ihr Kapiteltrenner habt. Markieren wir das hier live. Ja, es hat sich auch lange angedroht, dass die EU nicht glücklich ist, wie Elon Musk Twitter slash X leitet. Slash X wäre der geilere Name. Ja, X ist halt irgendwie zu kurz. Und es gibt zu viel Desinformation und Hetze, Hass auf Twitter. Ich sage jetzt nicht X. Und das möchte die EU jetzt untersuchen, ob sie da gegen den Digital Service Act mal wieder verstoßen. und ich glaube, das sieht nicht gut aus für ihn. Er hat ja anscheinend schon Probleme mit Geld, seitdem das mit der Werbung irgendwie weg ist. Kein Wunder. Er versucht ja jetzt irgendwie mit seiner AI, Krok, Krok, keine Ahnung. Krok. Irgendwie ein Startup aufzubauen und dadurch irgendwie Investments wieder sich zu sichern. Der reichste Mann der Welt kein Geld mehr. Nee, ich glaube, er will nicht mehr Geld reinstecken, weil der verbrennt das da ja eigentlich nur. Er kann nicht wieder verkaufen, aber er will ja jetzt auch keiner mehr kaufen, oder? Wow, weiß nicht. Das ist auch stolz, oder? Ja, das kommt, glaube ich, auch noch dazu. Kannst ja nicht eingestehen, ja, okay, Leute, sorry, war ein Joke, gone too far. Also für den richtigen Preis nimmt Zuckerberg das bestimmt. Aber ich glaube, das darf er auch gar nicht kaufen, weil dann gibt es auf jeden Fall so ein Monopol. Ja, okay. Gibt es noch irgendwie einen anderen reichen Milliardär, der da vielleicht will? Jeff Bezos auch noch mal versuchen. Vielleicht Jinn vielleicht. Ja, genau, nach China könnte man. X und nach E-A-Romi. ByteDance könnte es kaufen. ByteDance, ja. Wir. Ja. Ja, weil, ne? Ja. Das Geld ist da. Wenn das irgendwo dran nicht scheitert, dann am Geld auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie die Twitter-Leute so mit Threads umgehen. Weil beides zu bespielen, macht ja auch gar keinen Sinn. Ja, die Hoffnung ist, glaube ich, irgendwie bei Threads gewesen, dass das jetzt so ein wholesome place bleibt irgendwie. Aber ich habe auch schon so ein paar Dinge gesehen, wo ich mir denke, ach, jetzt ist es wieder wie Twitter. Ja, besonders ich bin jetzt auch wieder drauf, oder ich nicht, aber mit CG halt, mit dem Account, und gucke da so durch, und das ist auch alles cool. Aber ich weiß noch, ich bin da halt mal bewusst auch von weggegangen, weil es irgendwann ein bisschen mehr zu toxisch. Da kommt das X vielleicht her. Toxic. Ah, jetzt. Soll ich das doch so nennen? Also wirklich, also. Naja. Jetzt haben wir, glaube ich, das Threads-Thema schon vorgezogen. Ja. Ja, das tut mir aber leid. Fürgt gar nicht so. Aber dann kommen wir noch zu einem Gerücht-Thema, beziehungsweise, ich glaube, es ist kein Gerücht mehr. Es ist OnePlus, die wohl das erste Mal ein R-Gerät nach Europa bringen. Das 12R soll nach Amerika und Europa kommen. Natürlich nicht wieder nach Deutschland. Das Problem haben wir immer noch. Vielleicht wird das ja nächstes Jahr mal gelöst. Wer weiß. Wer weiß. Okay. Wir wissen wirklich nichts. Es hörte sich gerade so kurz zu. Wer weiß. Es ist eher eine Hoffnung, ja, das sind die Ace-Geräte in China. Und das sind immer so, ja auch kein T, sondern irgendwie so fast ein Mittelklassengerät irgendwie. Was gerade irgendwie lachen wir? Das ist die Ace, da habe ich ein ACE gedacht. Da habe ich den ACE-Saft. Und da heißt auch kein T. Das ist ja auch ein Saft. So sind die da drauf gekommen. Wahrscheinlich. Ja, ist so eine budgetige Variante auf jeden Fall. Gibt es da schon Specs? Ich glaube, das Ace und das OnePlus 12R sind schon draußen in China beziehungsweise Indien. Ob es da Specs gibt, werden wir jetzt rausfinden. Ist das eigentlich in irgendeiner anderen Branche? Ich habe jetzt einfach so Firmen wie OnePlus oder Huawei natürlich, die tun einem einfach leid, weil ich weiß, dass du so... Ne, es war mit dem Leid tun. Ach so, ja, weil, also die haben es einfach schwer, irgendwie gerade Huawei natürlich, aber OnePlus jetzt auch. Dann fehlt so ein Markt wie Deutschland und so und die machen da munter weiter ihre Sachen. In anderen Industrien, Branchen ist auch so viel, dass so Sachen nicht, keine Ahnung, ist bei Essen auch so. Gibt ja ganz viel, keine Ahnung, Süßigkeiten oder so, die dann auch hier nicht, sind die dann hier, wurden die nicht von der Lebensmittelbehörde erlaubt, sind das einfach nicht der richtige Vertrieb, hat es nicht geklappt oder so. Es müsste man mal, glaube ich, mehr die BWL-Brille aufhaben. Leider kein BWL, zum Glück, ich bin kein BWLer, ohne Wertung. Deswegen kann ich das nicht ganz so gut. Also, das ist noch nicht draußen, das 12 Air, das kommt wohl auch erst im Januar. Okay, ist aber, 8 Gen 2 wohl, gerüchteweise, ist also kein Flagship-Gerät, sondern irgendwo zwischen OnePlus 11 und OnePlus 12, dann wahrscheinlich. Okay, 100 Watt Charging und größerer Akku. Ja, nicht schlecht. Ja, OnePlus einfach immer gute Geräte gemacht, obwohl, was war nicht so, 10. Ja, die hatten mal kurz so ein, die hatten nur 8 und 9 war richtig stark, dann so 10, 11, ich glaube, mit dem 12 könnte es jetzt wieder interessanter werden und mit dem 12 Air dann vielleicht auch. Aber interessant, dass da mal eine neue Modellreihe kommt, auch in die EU, vielleicht kriegen wir da auch mal unsere Hände wieder dran. Ich glaube, das letzte Modell, was ich getestet habe, war das T, 10T. Ich weiß gar nicht, ob wir das L4 hatten. Ich glaube nicht. Hatten wir das nicht kurz in der China-Version hier. Das kann gut sein. So viel. Hier haben wir auch, genau in der nächsten Folge geht es ein bisschen um den Jahresrückblick und das haben wir auch jetzt schon für die Webseite so ein bisschen gemacht und ich habe so durchgegangen, was war denn dieses Jahr? Was stand denn an? Was waren denn so meine Highlights? Viele Smartphones, mal wieder. Einige. Aber da reden wir gleich drüber, oder? Ja. Worauf können die Leute sich freuen in der nächsten Folge? Auf einen wunderbaren Jahresrückblick mit all den Highlights und ja, so ein paar Beobachtungen, die man vielleicht über das Jahr treffen konnte. Spielt man auch noch eine Runde Blind Ranking? Ich habe keinen Zorn vorbereitet. Kriegen wir das noch hin? Vielleicht. Mal gucken. Ja, das waren schon die Themen. Ja gut, wir haben die letzte Woche vor Weihnachten, da ist meistens nicht so viel los, aber wir haben noch ein paar Empfehlungen. Dafür war eigentlich recht viel los. Apple kann keine Geräte mehr verkaufen, so eine Redmi Note Serie kommt in Europa raus. Also für kurz vor Weihnachten kann man das schon mal machen. Stimmt, dafür ist es eigentlich wieder doch ganz viel. Aber wir haben noch, du hast keine Empfehlung in der Woche, oder? Mir ist gerade eben, glaube ich, noch was eingefallen, aber mach du erst mal. Okay, also, folgendes. Ich habe eine Siebträgermaschine. Oh je. Mittlerweile, seit ein paar Monaten. Und weil ich sehr viel Spaß an Kaffee habe und gerne Kaffee trinke und ich freue mich auch sehr über die Maschine. das war ein Geschenk und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und da bin ich nicht so gut mit klargekommen zunächst und musste mich sehr viel einlesen, weil dieses Thema Kaffee und Espresso ist doch ein bisschen komplexer, als ich gedacht habe. Und nach ganz viel Recherche und ganz viel Espresso, Espressis, die ich dann gemacht habe, habe ich es endlich so raus, wie es funktioniert. Das muss man auch erst mal rausfinden, das geht nicht so einfach. Aber macht auch sehr viel Spaß. Und was auch wichtig ist bei einem Kaffee, ist der Kaffee an sich. Und da habe ich jetzt mehrere, auch lokale Röstereien und blablabla ausprobiert. Mein Lieblingskaffee bis jetzt kommt von Coffee Circle, das ist so eine Seite, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, das hört sich jetzt so an. Ich habe selber mein Geld da gelassen. Und die haben verschiedene Espressis, da kann man auch so ein Abo machen quasi und so. Und die haben nicht nur Espressobohnen, auch normale Kaffeebohnen teilweise, die für beides geröstet wurden. Und da habe ich mich, habe ich jetzt zweimal schon bestellt und mir gefällt der Jirga Santos oder so heißt der. Der schmeckt mir sehr gut, der ist nicht so sauer und sehr schokoladig und so. Und das ist auch cool, die legen dann so eine Broschüre mit rein, wie man den zubereitet. Und so Sticker gab es letztens und so. Und das ist dann, das ist ein bisschen teurer für Kaffee, aber Lieferung schnell. Also alles gut, sehr viel, sehr viel Seotexte zum Kaffee. Da habe ich sehr oft in meiner Recherche drauf gelandet, so kam ich dann auch drauf. Von daher Coffee Circle so als Shop für Kaffee würde ich mal empfehlen. Ich bin nicht so in der Kaffee-Welt drin, dass es jetzt so Captain Obvious mäßig, ob das jetzt weißt, so, komm, vielleicht seht ihr uns hier oder voller Schmuh ist, keine Ahnung, aber mir schmeckt das sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass es so, es gibt Leute, die trinken Kaffee, dann gibt es die Leute, die trinken schon gerne Kaffee, aber so da reicht dann irgendwie so eine, weiß ich, was war das jetzt, Philips, glaube ich, die mit Milchsystemen und so. Dann gibt es da so lange nichts und dann gibt es da wirklich so, ja hier Siebträger und dann hier, ich brauche hier die Waage und muss hier tampern und ich habe hier irgend so ein Besen. Ey, du kennst hier raus. Ich schaue mir bei YouTube an, wie Leute eine Stunde in einem Café in London einen Kaffee zubereiten. Du bist ja voll drin, Alter. Also in dem Punkt bin ich gerade und da will ich aber nicht hin. Ich will, mir ist das auch zu kompliziert und ich habe jetzt so meinen Workflow gefunden und man muss schon tampern. Ich habe nicht so einen Pinsel, aber ich habe so ein Ding zum Umrühren, sonst geht es halt nicht so, weil das ist, glaube ich, ich habe das Gefühl, also ich finde das auch so krank und ich fand die Maschine schon sehr teuer quasi. Ich weiß nicht, was die kostet, aber du kannst ja auch zu Hause eine 3, 4, 5.000 Euro Maschine hinstellen, um dann im Wochenende mal ein Cappuccino zu machen. Da denke ich mir, okay, das lohnt sich halt auch nicht. So und ich weiß nicht, ob da nicht manchmal ein bisschen auch zu viel des Guten ist. Ich kann euch dann empfehlen, einen Artikel zu der Delonghi Dedica Style, das ist für diese 200 Euro Maschine, die gibt es in so einem Wandel mit Mühle und so. Da habe ich ein sehr gutes Kommentar von einem Ballista wohl. Es hat mir, es hat richtig Spaß gemacht, das zu lesen und der empfiehlt die Maschine tatsächlich auch und hat noch so ein paar Tipps gegeben. Also das muss überhaupt nicht teuer sein und ich will auch nicht dieser, mir ist das auch zu anstrengend. Das Gleiche hatte ich auch bei Gin Tonic. Ich habe immer gemerkt, okay, mir schmeckt ein Gin Tonic echt lecker. Okay, ich probiere mal einen anderen aus, als diesen Bombay. Oh, der schmeckt mir auch ganz gut. Cool, ich verschenke nochmal, triebe nochmal mit Freunden ein. Und dann irgendwann habe ich angefangen, Tests von Gin und dann ist das immer, im Nosing ist der so und so. Und immer, wenn ich so den Pool getrunken habe, bin ich so, und bin dann so, ey, gib mir ein Tanqueray, halbwegs okayes Tonic, Eisfördung rein, und gut, ist so, ich brauche da nicht mehr. Das ist auch 40 Euro für eine Flasche Alkohol, teilweise. Ja. Das war ein schönes Geschenk. Auf jeden Fall. Whisky-Trinker lachen gerade. Ja, ich glaube, ich verstehe das, wie man sich da so reinhören kann. Und es gibt dieses Special Interest und ich verstehe das komplett. Ich mag das nur nicht, wenn das so elitär wird. Ja. Ich mag das so, ey, willst du mal was ausprobieren? Ich kenne mich ein bisschen aus. Cool, aber es gibt ja so, Jameson? Bitte nicht. So, und dann finde ich es halt immer, sei halt kein Arsch dabei. Sondern genieß, wenn du dann eine Leidenschaft für hast, ist das sehr cool, respektiere, ich habe Spaß damit. Aber dass die anderen alles auch okay, wenn jemand das nicht mag oder die Leute sollen das trinken, was sie mögen. So einfach kann es sein. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich kann noch eine Empfehlung von dir wiederholen. Wegen dir habe ich bei Grundstoff bestellt. Oh. Und ich trage ein weißes T-Shirt hier drunter. Schon nicht schlecht, ne? Ist schon gut. War auch schnell geliefert. Ja, das ist krass. War jetzt gestern da oder so in der Vorweihnachtszeit. Und ich habe mir einfach noch weiße T-Shirts für drunter anziehen bestellt. Denn, kleiner Styling-Tipp, wenn die Pullis zu kurz werden oder zu eng so um die Hüfte rum, wenn man vielleicht ein paar zu viel Lebkuchen gegessen hat. Ein guter Tipp ist Layering. Einfach ein weißes Ding ist drunter, dass es ein bisschen rausguckt. Und dann auch, so, wisst ihr Bescheid. Und zwei faire weiße T-Shirts. Sie sind Oversize mit so Heavy Cotton gehöre Grammatur. Ist nicht so dick, wie ich gedacht hätte. Muss ich sagen. Ist ein bisschen dünner. Aber sitzen gut. Für 26 Euro, zwei Stück oder so. Ja. Finde ich schon okay. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Okay, ich glaube, ich habe sogar noch was, aber das muss ich mir dann aufbewahren. heb dir das für den Jahresrückblick auf. Ja, ich glaube, ich muss das auch aufteilen. Ich glaube, ich habe zwei Musikempfehlungen. Ich habe jetzt viel das neue Album, also neu, ich glaube, es ist dieses Jahr irgendwann rausgekommen, von Kate Tranada und Amine gehört und dann als Kate Ramine. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ist Rap so ein bisschen mit EDM-Musik kombiniert und dann bin ich wieder zurück zu dem Boiler Room Set von Kate Tranada gefallen und es ist gute Musik, ist glaube ich mittlerweile zehn Jahre alt und es ist halt sehr lustig, den Leuten so zu sehen, so People of Boiler Room was machen die heute? Da wünschen sich auch Leute in den Kommentaren immer noch so ein Reunion. Der wird auch in jedem Interview darüber angesprochen, auch bei Chicken Shop Date wird er auch darüber angesprochen. Ja, sehr cool, mag ich auch gerne. Ist mir auch ein Qualchen, eigentlich hätte ich jetzt die splitten sollen für danach, weil jetzt müssen wir ja noch so vorweihnachtliche Sachen empfehlen, oder? Ein Weihnachtsfilm? Was ist dein Lieblings Weihnachtsfilm? Weiß ich gar nicht. Ich fand mal hier, wie Boah, jetzt fällt mir seinen Namen nicht ein. Der Typ, der bei Hör mal, wer der Herr meint, Tim Allen. Tim Allen. Die Weihnachtsmilm fand ich glaube ich ganz cool. Santa Claus 1, 2 und 3 und es gibt jetzt auch eine Serie bei Disney+, die unglaublich schlecht ist. Ja, gut. Da hätte man glaube ich auch schon bei 2 und 3 aufhören können. Aber der Ender ist ein Classic. Ja. Liebe braucht keine Ferien, Leute. The Holiday. Top Film. Bester Film mit Jude Law, Cameron Diaz. Die eine weiß ich nicht, wie sie heißt. Und Jack Black. Ja. Das sind die Empfehlungen der Woche. Und da gibt es noch ein paar mehr in der nächsten Folge. Danke fürs Reinhören mal wieder. Es hat Spaß gemacht. Danke an Fabian fürs Tabellevorbereiten, dass ich jetzt noch ein paar Artikel daraus taubern kann. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Mittag. Ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Genießt die Tage, kommt ein bisschen runter. Es sind ja schön vier freie Tage für die meisten von euch, für alle Leute, die irgendwie im Krankenhaus arbeiten oder in sonstigen öffentlichen Sachen, die jetzt einfach nicht so frei haben. Danke an euch. Ich wünsche dir auch eine schöne Weihnachtszeit, Fabian. Ja, dir auch, Tom. Ist ja nicht so, dass wir es jetzt nicht wieder noch sehen würden. Aber egal. Frohe Weihnachten nach draußen. Bleibt gesund. Seid lieb zueinander. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.